Der DCIA-X ist ein Internetknoten in Frankfurt am Main und gemessen am Datendurchsatz der größte der Welt. Er wird von der DCIA-X Management GmbH betrieben. Entwicklung Der DCIA-X wurde 1995 unter anderem durch Arnold Nieper gegründet und war ursprünglich ein Projekt von drei Internet-Service-Provideern. Den Betrieb übernahm der ECO-Verband der Internetwirtschaft TV. Mittlerweile wurden die kommerziellen Aktivitäten des DCIA-X in die DCIA-X Management GmbH mit Sitz in Köln überführt. Eine hundertprozentige Tochter des ECO-Verbandes. Nach eigenen Angaben wickelt der DCIA-X einen großen Teil des deutschen Piring-Verkehrs ab und ist nach angeschlossenen ISPS der Zweit- und Nach-Verkehrsaufkommen der größte Internetknoten der Welt. 1999 zog der DCIA-X in ein neues Rechenzentrum der Firma Interaktion an der Hanauer Landstraße in Frankfurt am Main um. 2012 hatte die technische Infrastruktur des DCIA-X eine sternförmige Topologie und ist auf insgesamt 19 Rechenzentren der Betreiber E-Shelter. Equinix, Level, IT-NOS Interaktion, New Telco, Telecity Group und Telehaus im Frankfurter Stadtgebiet verteilt. Technik Die verteilte Switch-Infrastruktur ermöglicht den ISPS gegen eine von der Port größer abhängige monatliche Pauschalgebühr Daten auszutauschen. Die Anschaltung der Mitglieder erfolgt wahlweise über Fractional Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fractional 10 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet-Ports oder 100 Gigabit Ethernet-Ports. Im April 2001 ging der DCIA-X2 in Betrieb, um die Platzprobleme im alten Rechenzentrum zu lösen und die Ausfallsicherheit zu steigern. Der neue und der alte Standort wurden durch Glasfaserleitungen miteinander verbunden. Der steigende Internetverkehr sowie die Anforderungen nach weiterer Ausfallsicherheit machten es notwendig, Im Januar 2004 einen dritten DCIA-X-Knoten in Betrieb zu nehmen, der bei der Firma Telecity Group in der Gutleutstraße in Frankfurt am Main installiert wurde. An allen drei Standorten stand bis Ende 2006 jeweils ein Switch des Typs Cisco Catalyst 6509 Nebar. Danach wurden die Switches durch neue Terrascale E1200 von Forest 10 ersetzt und gleichzeitig ein vierter DCIA-X-Knoten in der Kleierstraße in Betrieb genommen. Die alte Cisco-Hardware wird seitdem in dem ebenfalls von der DCIA-X-Management GmbH betriebenen Hamburger Work EX eingesetzt. Im ersten Quartal 2009 wurden die zwei Force 10-Switches des DCIA-X-Kernnetzes durch Brocade MLX 32-Switches ersetzt. Um dem weiteren Ausbaubedarf gerecht zu werden, wurden ab Ende 2009 die Terrascale E1200 durch Exescale E1200i von Forest 10 ersetzt. Im April 2013 verkündete DCIA-X den Aufbau von DCIA-X-Apollon. Diese besteht aus einem optischen Netz auf Basis von ADV AFSP 3000 und Alcatel-Lucent 7950 XRS. Die neue Plattform bietet 100 Gigabit Ethernet-Ports und steht seit dem 1. September 2013 zur Verfügung. Standorte Der Internetknoten ist in mehreren Rechenzentren in Frankfurt am Main redundant untergebracht. Die einzelnen Standorte sind Neben dem DCIA-X in Frankfurt am Main betreibt DCIA-X Internetknoten in Hamburg, München, New York, Dallas, Dubai, Marseille, Palermo und Istanbul Datenrate. Im Mai 2015 waren mehr als 600 Internetdienstanbieter und andere Organisationen aus mehr als 60 Ländern am DCIA-X angebunden. Darunter praktisch alle großen Internet-Service-Provider. Der Datendurchsatz hat im September 2012 erstmals die Marke von 2 Terabit überschritten. Im April 2015 die Marke von 4 Terabit und im Dezember 2015 5 Terabit. Laut Website besitzt DCIA-X derzeit eine angeschlossene Kundenkapazität von über 19 T-Bit. Weit weniger Traffic ist für das neue Internetprotokoll IPv6 messbar. Im März 2012 liefen durchschnittlich nur 0,8 Gigabit an IPv6-Traffic über den DCIA-X, was 0,088% des IPv4-Traffics entspricht. Nach dem World-IPv6-Launch-Day am 6. Juni 2012 liefen in Spitzenzeiten schon 3,5 Gigabit durch den DCIA-X. Im Mai 2013 laufen durchschnittlich 8 Gigabit über den DCIA-X. Inlandsspionage am DCIA-X durch den Bundesnachrichtendienst. Im Zuge der Enthüllungen in den Jahren 2013 bis 2015 zu der Arbeit der National Security Agency und des Bundesnachrichtendienst geriet der DCIA-X in. Die Kritik, da der BND laut Presseberichten in der Operation eignen große Mengen der dort übertragenen Daten abgefangen und direkt an die NS-Arbeiter geleitet, hat Klaus Landefeld, Beirat der DCIA-X-Management GmbH, berichtete am 26. März 2015 im NSA-Untersuchungsausschuss vom Fortbestehen der Abhörpraxis des BND am DCIA-X seit 2009. Zudem soll das Bundeskanzleramt mehrmals interveniert haben und sowohl die G10-Kommission als auch die Bundesnetzagentur davon abgehalten haben, das Abhören zu untersuchen. Weiterhin führte Landefeld aus, dass der BND sich nicht nur für außerdeutsche Leitungen interessiere, wie etwa in den arabischen Raum, sondern auch für innerdeutsche Leitungen, auf denen über 90 Prozent des Verkehrsgrundrechts geschützt sei. Es ließe sich absolut nicht trennscharf entscheiden, was im Netz Deutsch ist oder nicht. Auch die 20-Prozent-Regel, nach der Geheimdienste ein Fünftel der Leitungskapazität ausleiten dürfen, würde nicht real praktiziert, so Landefeld. Die Provider legen ihre Leitungen so an, dass sie in der Regel nur zu 30 oder 40 Prozent ausgelastet seien. Mit der 20-Prozent-Regel lande man bei 50 bis 60 Prozent des durchgeleiteten Verkehrs, was nicht im Sinne des Gesetzes sei. Deutliche Indizien für ein Mithören seitens der NSA gab es 2013 im Zuge der Veröffentlichungen zur globalen Überwachungs- und Spionageaffäre. Der damalige deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich schloss dies kategorisch aus. Der Netzknotenbetreiber von DCIA-X legte da, es sei technisch unmöglich. Am 22. April 2015 gab die Betreibergesellschaft des DCIA-X bekannt. Vor dem Bundesverwaltungsgericht ging die Überwachungsmaßnahmen des Bundesnachrichtendienstes zu klagen. Da die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen bezweifelt wird und diese für unzulässig gehalten werden, Störungen und Ausfälle. 16. April 2003 Zwei Switches mussten wegen Problemen neu gestartet werden. 17. Oktober 2005 Teilausfall wegen eines Software-Problems. 8. Juni 2010 Massive Störung von Provider-Netzen wegen Ethernet-Loop auf einem Port des 9-Force-10-Switches. 13. August 2011 Mehrere Verbindungen zu anderen Netzbetreibern gestört. 3. August 2012 Störung an einem Core-Switch führt zu massiven Problemen bei den angeschlossenen Netzbetreibern. 1. September 2012 Eine Störung des Core-02-Switch führt zu hohem Paketverlust. 27. September 2013 Kurzfristige Störung gegen Mitternacht.